Servus, heute mein Ausnahmevideo. Heute geht es nicht direkt um einen Füller. Es geht schon um einen Füller an sich, aber jetzt nicht im Sinne eines Reviews oder einer Demonstration oder Darstellung oder sowas, sondern um die Odyssee eines Wildfeder-Alters. Ja, also heute ist ein bisschen Märchenstunde angesagt, mal abseits davon. Also in den nächsten zwei, drei Tagen kommt dann wieder ein reguläres Video, keine Angst, also alles schon in Mache, Vorbereitung und so weiter. Aber zuerst mal das, weil es gerade halt schön aktuell ist. Wie einige sich von euch erinnern können, ich habe ja da bei Eugen an seinem Giveaway diesen maßgeschneiderten oder maßgefertigten Füllfederhalter bekommen. Gewonnen, besser gesagt. Und das war, das Video dazu habt ihr ja auch da, das ist zum BI Bespoke Fountain Pen. Folgendes. Einige haben ja schon mitgekriegt, den Anfang des ganzen Abenteuers. Also ich habe den gewonnen. Eugen hat den auch wie vorgesehen abgeschickt an mich und er kam auch bei mir an. Bis dahin so weit so gut. Dann kam ja die Geschichte mit der Zollnachforderung, weil der Zoll wollte ja dann auf dieses Geschenk circa 36 Euro gebühren und bla bla bla. Also der Zoll circa 30 Euro, DHL um die 6 Euro im Endeffekt. Ja, dann ging es ja damals darum, ich hatte ja dann den Zusteller gebeten, man möge mir doch den Füller ein, zwei Tage später nochmal zustellen lassen. Ich habe das Geld jetzt gerade nicht parat, nicht im Hause nichts. Ich müsste das erst organisieren. Daraufhin hat es dann geheißen, ja entweder sie nehmen ihn jetzt an und zahlen jetzt in bar oder aber sie schicken die Sendung zurück, also verweigern die Annahme. Nochmal zustellen können wir ihnen nicht. Was komisch ist, mit anderen Sachen, mit Paketen geht es ja auch komischerweise. Also warum nicht damit? Egal. Also habe ich ihn zurückgehen lassen. Und das habe ich ja dann Eugen auch geschrieben. Habe gesagt, du Eugen da, Zoll bla 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 sowieso. Daraufhin hat er mir ja angeboten, du pass auf, wenn der da nochmal zugestellt werden kann oder sowas, sag mir Bescheid. Ich schicke dem per PayPal das Geld für den Zoll, dass du den Füller kriegst. Hier, hallo, wo sind wir denn hier? Also schon da bin ich irgendwie total weggebrochen, weil das kann doch nicht wahr sein. Ey, jetzt will er auch noch den Zoll übernehmen. Na gut, hat sich auch anders ergeben. Ich habe mir aber noch gesagt, ja, geht nicht, tut sich nicht, weil der ist eh schon in der Rücksendung. Also der ist so wieder unterwegs Richtung Kanada. Und ja, dann war er halt auf dem Weg Richtung Kanada. Und so blieb das eine ganze Zeit lang. Also das war um den 14.11. rum. So. Und dann hat man ganz lange Zeit nichts von dem Füller gehört. Nichts. Es verging ein Monat. Wir hatten schon Mitte Dezember. Du hast nichts gehört. Es verging Weihnachten. Nichts gehört. Und bumm, am 31.12. kommt die erste Nachricht aus Kanada. Der Füller hat das Land wieder betreten. Er ist in seiner Heimat angekommen. Ja, ist aber noch nicht in Zustellung. Ja, zugestellt sollte er es dann, er dann werden, zwei Tage später am 2.1. So. Jetzt kommt's. Jetzt haben die aufgrund eines Verarbeitungsfehler den Füller falsch zugestellt. Es war dann irgendwie da auf der französischen Seite da in Montreal oder sowas. Irgendwie in der Richtung. Keine Ahnung. Ich. Äh. Ja. Frag mich nicht nach Sonnenschein oder irgendwie was mit Bossern oder sowas. Was das zu tun. Ja. Frag mich nach Sonnenschein. Auf jeden Fall wurde der da irgendwie falsch umgeleitet. Falsch zugestellt. Falsch ausgewiesen. So weiter. Also wieder zurück ins Versandlager. So. Und was hat die kanadische Post in ihrer allumfänglichen Weisheit entschieden? Sie schicken ihn wieder zurück zu mir nach Deutschland. Weil von da kam er ja zuletzt. Äh. Leute. So langsam frage ich mich. Nein. Nein. Du findest keine Worte mehr dafür. Also. Unglaublich. Es ist. Das gibt den Begriff Postapokalypse eine völlig neue Bedeutung. Auf Deutsch. Wir leben in postapokalyptischen Zeiten. Ja. Da haben wir was für welche. Äh. Unfassbar. Ja gut. Jetzt ist es so. Er ist jetzt wieder auf dem Weg zu mir. Jetzt. Weil ich hatte ja Eugen angeschrieben. Du pass auf. Der wird jetzt zugestellt. Ich habe nachgefasst. Dann hat er eben gesagt. Ja. Hey. Nichts von wegen Zustellung. Der kommt wieder zu dir. Ja. Na super. Was machen wir jetzt? Jetzt stehen wir wieder da. Jetzt haben wir wieder das selbe Spiel. Jetzt kommt er her. Äh. Ich hab den Füller ja schon. Jetzt kommt er noch mal zu mir. Äh. Jetzt wollen die dann wieder zollen. Ich kann ihn wieder nicht. Der geht wieder zurück. Eugen macht sich natürlich Gedanken. Äh. Was könnte das Nachfoto kosten? Also von unserer Seite aus. Ich hab da mal nachgebracht. Äh. Äh. Nachfoto käme da nicht in Frage. Weil es ist ja quasi ein Rücklauf. Der ist ja verweigert worden. Aber. Ja gut. Eugen hat jetzt da so seine Sorgen. Natürlich. Ich weiß ja nicht. Wie das auf der Seite von Kanada gehandelt wird. Da mit. Ob es da Nachfoto gibt oder so. Auf jeden Fall hat Eugen gemeint. Du pass auf. Zahl den Zoll. Nimm das Ding hin. Scheißegal. Hast du zwei davon. Meinetwegen verschenkst den oder sonst irgendwas. Dann habe ich ihm gesagt. Das geht leider nicht. Ich habe meine monatlichen Verpflichtungen schon erfüllt. Ich habe gerade sechs Euro auf dem Konto. Äh. Ich muss den wieder zurückgehen lassen. Da hat er gesagt. Äh. Äh. Nein. Hier. Äh. Gib mir deine Paypal-Adresse. Ich überweise dir das Geld. Ich kann das ja nicht annehmen. Das geht nicht. Hey. Der hat jetzt zwei Füller auf dem Weg. Und zweimal Versandkosten von Kanada nach Deutschland gezahlt. Das ist ja auch nicht billig. Äh. Äh. Aber von deutscher Seite aus. Das sind ja auch irgendwie 25, 30 Euro. Was der Versand da kostet. Äh. Wenn ich das jetzt so von hier nach Kanada rechne. Äh. Der kann. Er kann mir doch jetzt nicht noch den Zoll zahlen. Ding der Unmöglichkeit. Äh. Moment. Ich brauche eine Pause. Wieder aus der Pause zurück. Wo sind wir stehen geblieben? Ach ja. Ja. Eben. Jetzt kann er. Ich kann jetzt gar nicht. Erstens mal. Ich kann nicht erwarten, dass er mir noch den Zoll zahlt. Zwei. Ich will es nicht erwarten, dass er mir den Zoll zahlt. Äh. Na okay. Ich mag eine arme Sau sein. Weißt. Aber äh. Das heißt noch lange nicht, dass ich jemanden auf der Tante. Wasche liegen will. Äh. Und dann. Ich meine, ich habe immer noch irgendwo ein bisschen Selbstachtung oder einen gewissen Stolz, dass ich mir sage, nee, das, äh, das kann ich. Nein, das ist, äh. Ich fühle mich dadurch beschämt irgendwie, weiß, dass, dass ich es nötig hätte, Leute anzubetteln. So komme ich mir dann vor. Grob gesagt jetzt, ne. Ja, also, ja, und jetzt habe ich mich darauf geeinigt mit ihm. Er überweist mir das Geld, beziehungsweise hat mir das Geld schon überwiesen, aber nur unter dem Versprechen, dass ich es ihm zurückgeben darf. Ja, also, ja. Ist jetzt eine Form von Darlehen quasi. Weil, nein, ich sehe das nicht ein, dass er noch mehr Unkosten deswegen hat oder so. Ich meine, er muss für sein Geld schließlich auch arbeiten. Ihm fliegt es ja auch nicht irgendwie da, äh, äh, ist ja nicht das Schlaraffenland, dass ihm da die gebratenen Tauben ins Maul fliegen oder so. Vom Himmel regnet es auch nicht, das Geld, also von daher. Und, äh, mein Gott, äh, vielleicht ist es gerade deswegen, weil ich seit vielen Jahren, äh, kaum noch was oder wenig habe, äh, dass ich eine andere Wertschätzung dessen habe. Und, 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 und das irgendwie nicht, äh, natürlich, ich fühle mich geehrt, ich fühle mich, äh, alles Mögliche ist es Wahnsinn, was, was, was er da, äh, in Bewegung setzt, dass ich den Füller überhaupt bekommen habe schon. Und, äh, äh, dass er jetzt den Zweiten da, äh, quasi, ja, okay, nein, da, nimm hin oder so. Weißt, aber, äh, das tut mir weh, das tut mir richtig weh. Wie, zu sehen, was er an Verlust erleidet, ja, und, äh, ja gut, da haben wir uns eben darauf geeinigt, ja, das läuft alles jetzt in Form von einem Darlehen. Er kriegt es wieder zurück und ich denke mal, der wird die nächste Zeit bei mir auch wieder ankommen und dann werde ich den auch hier, äh, endlich mal seine Heimat geben. Oh, aber ihr, äh, insgesamt betrachtet, also, das ist doch unfassbar, was, was, was. Jetzt ist bei uns die Post schon schlimm, ja, wie ich es schon immer über den mal so neben meinem Forum oder bei einigen Bekannten erwähnt habe. Ja, jetzt zum Beispiel, äh, Weihnachtskarten, ich habe mir, äh, ich habe zig Weihnachtskarten geschrieben, ja. Ja, und von denen, die ich jetzt, äh, unabhängig von Familie, Bekannten und so weiter, privat an Bekannte, äh, verschickt habe, zum Beispiel eben aus dem Füllerforum und so weiter, na. Äh, äh, ich habe an Leute privat verschickt, fünf Karten, von denen zwei bis heute nie angekommen sind. Davor habe ich jemand anderen schon einen Brief geschickt, der kam zurück, weil angeblich wurde Nachporto gefordert, der wäre jetzt, äh, hätte nicht gepasst. Ich habe den dann nochmal nachgewogen, nachgemessen, alles. War alles optimal, Nachporto war da schon mal eine, äh, überhaupt eine Frechheit, weil er war absolut in den Toleranzbereichen. Also, dass die schon Nachporto verlangt haben, war eine Frechheit. Jetzt habe ich das Nachporto drauf, hat den dann wieder losgeschickt, der ist bis heute nicht angekommen. Also, äh, ist schon schlimm, was hier bei uns mit der Post passiert, oder dass eben, äh, viele Sachen bei mir nicht ankommen. Wichtige Briefe erreichen mich nicht, von Behörden oder sonst irgendwas, ja. Ja, ich kriege dann, äh, ich kriege dann hier Mahnschreiben von Behörden, blablabla, 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 ist ja immer, ich habe nie was, keine Ahnung von nichts, weißt. Und, äh, ja, jetzt habe ich schon gedacht, unsere Post hier bei uns in der Ecke ist schlimm. Aber was jetzt in Kanada abgeht, das ist ja, also, ah, Gott, Herr im Himmel, Herr im Himmel. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Füller kommt jetzt an und Eugen hat ja vorgeschlagen, ich sollte den vielleicht irgendwie, äh, Gifferwe oder verschenken oder so weiter. Und ich habe auch schon eine Eingebung. Äh, es wird kein Gifferwe geben. Ein Gifferwe wird es bei mir hier auf dem Kanal erst geben, wenn die ersten 250 Abonnenten erreicht sind. Äh, aber ich weiß schon, wer ihn bekommt. Und zwar eine gewisse S.K. aus W. Nein, äh, ja, die hat sich den verdient. Und, äh, von daher werde ich mich mit der noch in Verbindung setzen, die wir den bekommen, weil, äh, erstens mal, sie ist, äh, Abonnent in der ersten Stunde. Zweitens mal, sie ist diejenige, bei der ich überhaupt als allererstes über das Forum, äh, einen Füller erworben habe. Äh, sie ist diejenige, die mir zu allererstemal irgendwie überhaupt einen Füller geschenkt hatte, äh, zusätzlich. Äh, sie ist, äh, aus dem Forum die erste, mit der ich überhaupt in Briefkontakt getreten bin und so weiter. Äh, also, äh, sie ist für mich eine, äh, spezielle Person in der Hinsicht, ja. Und, äh, danach kommen noch weitere spezielle Personen. Also, äh, es ist ja nicht so, dass ich die einzige wäre. Es gibt noch andere spezielle Personen. Aber, äh, mit ihr verknüpfen mich meine allerersten quasi Amtshandlungen. Ja. Und von daher, kriegt sie ihn dann wohl, wenn sie ihn denn möchte. Das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn sie ihn möchte, kann sie ihn haben. Wenn nicht, werden wir schauen, was rumkommt. Also, ihr werdet auf jeden Fall noch im Nachhinein erfahren, wie die Geschichte überhaupt ausläuft. Und, äh, was dann mit dem Füller jetzt überhaupt passiert. Gut, aber zumindest, ihr habt ja mal ein bisschen da die Odyssee mitgekommen. Moment, und, äh, es ist ein Wahnsinn, was momentan abläuft in dieser Welt. Und wie ich mir, wie ich in Eugen schon geschrieben habe, äh, äh, vor 200 Jahren, da war die Post mit Pferd und Kanu offensichtlich weit zuverlässiger als heute mit all der Logistiktechnik und Schiffen und Flugzeugen und LKWs und sonstigen drum und dran. Äh, ja. Ja, da wünscht man sich die gute alte Zeit zurück, würde ich mal sagen. Okay, ihr wisst Bescheid. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Habt noch viel Spaß. Und wie gesagt, so in, äh, in, äh, zwei, drei Tagen oder so kommt das nächste offizielle Video. Äh, wird jetzt kein, äh, kein, äh, kein Best-off oder, oder kein Jahresrückblick oder sowas. Kommt vielleicht später noch irgendwas. Nein, 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 eigentlich nicht. Aber für ein Best-off ist es eigentlich noch zu wenig, zu, 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 zu einseitig, würde ich mal sagen. Ja, aber es kommt in einer gewissen Form etwas noch aus dem letzten Jahr, was sich auch auf das letzte Jahr bezieht, mit dem ich in das neue Jahr einsteigen möchte. Und, äh, wenn alles gut und schnell läuft, kommt für den konkreten Einstieg in das neue Jahr auch etwas, was sich konkret auf das neue Jahr bezieht. Und, ja, lassen wir uns überraschen. Ähm, und wenn das jetzt nicht so Stück an Stück klappt, dann kommt halt dazwischen noch kurz was anderes, aber reiht sich damit ein. Also, genug gelabert, freut euch drauf und, ja, dann wünsche ich euch noch alles Schöne. Hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Es hat gut geflutscht. Bodennebel. Äh, es hat gut geflutscht und, äh, es ist euch nichts weiter passiert. Ihr seid schön gesund und bleibt mir auch schön gesund und, äh, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ciao. Ciao.